Und... Ah! Ein Elixier. Gut, ich denke, dann haben wir alle Objekte. Seht ihr, das dauert gar nicht mal so lange, wenn man durchrennt. Also, ich meine ja mit der Renntaste. Die Ebene verlassen wir. So, kommt jetzt wirklich die Zwischenebene? Ja, die Zwischenebene. Hi. Hoffentlich haben wir es bald geschafft. Welch tiefgründige Gedanken! Ob die Dämonen an einem Ort wie diesem leben? Oder was ist das hier sonst für ein Ort? Oder soll ich das wissen? Das hier nervt! Ja, das tut es. Kann ich euch irgendwie helfen? Heilen lassen. Ich brauche nur 20 Kühe, um euch zu heilen. Geht das in Ordnung? Warum 20? Na ja, wir befinden uns hier unter dieser Erde. Da kann man den Himmel schlechter erreichen. Würde ich mir so erklären? Da-ba-ba-ba. Da-ba-ba-ba. Nice. So! Und da wir jetzt auch Geld gesammelt haben, können wir auch ein bisschen einkaufen. Sofern sie irgendwas tolles Neues hat. Sieht aber weniger danach aus. Aber da sie immer noch die gleiche Ausrüstung besitzt, könnten wir jederzeit die Taktik ein bisschen ändern. Indem wir einfach alternative Ausrüstung kaufen. Hallo, Robo. Ich bin mit unserer Methodik ziemlich zufrieden. Vielleicht noch ein Jako-Trank. Oder drei. Und dann noch eins. Und dann noch eins. Kino-Trank. Ich bin immer gerne auf einer durch fünf teilbaren Zahlmenge. Hier zwei. Vielleicht. Eine heilige Feder. Und vielleicht noch eine? Jetzt haben wir aber viel Geld übrig. Ihr habt es bald geschafft. Weit kann es nicht mehr sein. Ach, woher willst du das wissen? Du unterschätzt mich, mein Lieber. Ich habe mich ausführlich informiert. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als das mal so zu glauben. Nun denn. Und dann geht's. Und das kann ich euch sogar ein bisschen zusammenschneiden. Und das kann ich euch sogar ein bisschen zusammenschneiden. Das ist ein Verarbeitungsfehler. Und das ist erstaunlich, weil Google Chrome von... Na ja, Google ist und YouTube auch Google gehört. Vielleicht liegt es aber auch nur an einem Plugin. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja. Also, sag mir mal. Denn ich würde das Problem gerne loswerden, ohne einen anderen Browser zu benutzen. Vielleicht ist es aber auch ein Problem mit dem WMV-Format. Ich rendere immer ein WMV, denn es ist das beste Format. Wer weiß. Keine Ahnung. So, wir befinden uns jetzt auf Ebene 7. Und da würde ich jetzt auch gerne mal fragen, was haltet ihr eigentlich von dieser Designänderung direkt unter den Videos? Oh, eine HP ist aber nice. Äh, da wurden ja einige Icons zusammengefasst. Da wurden ja einige Icons zusammengefasst, wodurch man jetzt ein bis zwei Klicks mehr machen muss. Das finde ich völlig unnötig. Tut doch echt nicht Not. Die sollten sich mal einen Webdesigner anschaffen. Ich bin mit keinem einzigen... Naja, manchen. Aber den meisten Designentscheidungen einfach nicht einverstanden. Weil sie alles erschweren. Was auch immer die sich der Welt achten. Naja, es ist fancy und wir brauchen was zu tun. Ach du Scheiße. Aha, gut. Den schneide ich euch jetzt mal nicht raus. Denn diese Monsterkombination hatten wir doch nicht. Die sind die Monsterkombination. Oh Gott... Einen... Einen... Einen leiblichen Licht. Nicht nervös. Ne Abwehrplatz. Aber zum Nachhinein würde ich sagen, die Agilität von Alexa zu erhöhen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen. Was? Wie hoch ist ihr Sein? Und wo wir schon mal bei Agilitätserhöhen den Salben sind, nicht wahr? Na, sowas, wie als wäre das geplant gewesen. 33. Erhöht die Werte also um 2. Okay. Nice. Ja gut, dann cutte ich hier wieder. Ui, der Oga besitzt auch noch einen Angriff, der alle unsere Partymitglieder trifft. Das tut weh. Aber wir besitzen ja genügend Items. Wir fanden ja genug. Kein Problem. So, wir fingen, glaube ich, unten links an. Und wir befinden uns noch immer auf Ebene 7. Hm. So, dann gehen wir mal zur nächsten. Hm. Dann machen wir, hm. Mit einer wirklich nervigen Stimme, hm. 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 Ich hab jetzt im Camtasia Studio... Das ist mein Verarbeitungsprogramm. Nicht mein Aufnahmeprogramm. Wobei es beides könnte. Und kann. Ähm. Ne neue Audioeinstellung ausprobiert. Die jetzt hoffentlich das gesamte... Höhen- und Tiefenspektrum des Mikrofons aufnimmt. Beziehungsweise weniger des Mikrofons, sondern halt meiner Stimme. Was das Mikrofon genau mitnimmt, weiß ich nicht. Ja. Anscheinend auch nicht sämtliche Höhen und Tiefen. Denn eigentlich ist meine Stimme, auch wenn man es oft nicht hört... Viel basslastiger als sie... Ähm. Als sie bei euch ankommt. Und das finde ich wirklich schade. Ich hasse es, wie ein Kind zu klingen... Ich bin ja aber nicht mehr der Jüngste. Eigentlich. Ich denke, das ist ein Problem von einem USB-Mikrofon. Und der einzige Grund, warum sich das nicht aufs Spiel bezieht, ist, weil das so ist. Weil ich sonst nicht mehr viel dazu sagen kann. Und ihr sowieso nur ein bisschen Smalltalk betreiben möchtet. Und ich frage euch auch überhaupt nicht dazu, äh, ich frage euch auch überhaupt nicht, wie ihr dazu steht. Ich mache es einfach. Ist ja völlig egal. Wir sahen das ja sowieso schon, ne? Und manchmal brauche ich halt eure Meinung und manchmal muss ich mich auch ein bisschen erklären. Und ich muss die Gedanken einfach freien Lauf lassen, denn privat rede ich gar nicht so viel. Schräg, schräg, privat rede ich eigentlich gar nicht mal mit so vielen Leuten. Beziehungsweise ich rede ja jetzt in diesem Augenblick nicht mal mit irgendwelchen Leuten. Ihr könnt nicht antworten. Ich muss mir das alles quasi einbilden, wenn ihr so wollt. Ich muss mit mir selbst reden, auf mich selbst reagieren. Das ist irgendwie, ha, seltsam. Jetzt kann ich viel besser, als auf Leute zu reagieren. Einfach mal die Gedanken schweifen lassen. So, runter zur Ebene 9. Aber ich denke halt sehr viel mehr, als ich spreche, nicht wahr? Und wenn ich dann mal mein... Das sagte ich ja schon am Anfang dieser Aufnahmesession. Wenn ich mal meine Gedanken mit meinem Gesprochenen in Einklang bringen kann, dann freue ich mich. Dann ist es super, ich bemerke auch, jedes Mal nach einem längeren Let's Play kann ich viel besser sprechen, wenn ich dann mal einer Person begegne. Das kommt ja mal vor. Äh, als wenn ich eine ganze Zeit lang halt nichts aufnehme. Also Let's Playen hilft durchaus. Auch auf sozialer Ebene. Dann führe ich allerdings auch nicht die ganze Zeit selbst Gespräche, ne. Das wäre ja, das wäre ja voll seltsam. Wer führt denn schon Selbstgespräche? Habt ihr als Kind auch immer Selbstgespräche geführt? Ich habe das ständig gemacht. Soll aber auch gesund sein. Und jetzt, wo ich so LP'he, verstehe ich auch wieso. Hm. So, ich denke, die Ebene haben wir dann auch abgeschlossen. Vielleicht auch ein 1, 2, 3 Kämpfe rein. Zu einem Spektrum von 1, 2, 3 Kämpfen. 1 bis 3. Ja. Ähm. Ich glaube, ich hatte dann aufgehört, Selbstgespräche zu führen, als ich mal jemanden sah. Das war auch so ein jüngerer Typ. Der sprach die ganze Zeit mit sich selbst. Wir hatten da irgendwie so einen Zwischenstopp auf dem Land gemacht. Der kam dann halt so überm Feld. Führt die ganze Zeit Selbstgespräche. Und ich dachte mir so, sehr, sehr strange. Und dann bemerkte ich, oh, ich mache das auch die ganze Zeit über. Hm. Und ich denke, dann hörte ich öffentlich auf. Nur öffentlich Selbstgespräche zu führen, habe ich in meinem Zimmer trotzdem ständig. Hab ja auch viel gespielt, ne. Von meinen Figuren, von meinen Matchbox-Autos. Oh, die Monster-Kombination hatten wir auch noch nicht. Ähm. Nessel-Fädler hat, glaube ich, ein bisschen mehr HP. Was habe ich denn so für Spielzeug noch im Bilden? Ähm. Ich denke, sie braucht, äh, sie. Es ist mir scheißegal. Rain ist jetzt eine sie für mich und Alexis ist auch eine sie für mich. Ist mir völlig egal. Äh, I do, what I want to do. Äh, I do, what I want to do. Oh, oh, oh! Was war das denn? Oh, nein, erst mal schauen. Verseuchung. Kann beim Gegner Block, Schlaf oder Lähmung verursachen. Nice. Und Alexis hat AP-Abzug erlernt. Absorbiert einige AP von einem Gegner. Ah, sehr, sehr, sehr gut. Das ist jetzt meine Lieblingstechnik. AP-Abzug. Sweet Baby Jesus und Rock'n'Roll-Drugs. Probieren wir auch direkt aus. So, fändende Gegner AP besitzt natürlich. Bislang konnte aber überhaupt jeder Zauber. Äh, wir greifen den Nesselfädler mal an mit dem Lichtschlag. Und dann AP-Abzug. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr dann in dieser Runde kein, äh, Vernichtungszauber ausführen könnt. Ich treffe... Sollte niemanden speziell umbringen und wenn doch, triff der Zauber halt den nächsten. 99 AP! BESCH ZAUBER! DER BÄSCHTE! Hört auf uns Schaden reinzudrücken, hört auf uns Schaden reinzudrücken, hört auf uns Schaden reinzudrücken. Sonst kommen wir zu euch nach Hause! Oh, sind wir ja bereits. Grand Stufe 7. Gut. Ich denke, dann suchen wir uns mal die Treppe zur letzten Ebene. Die Treppe zur letzten Ebene. Die wir bereits irgendwo sahen. Aber wo? Wo ist hier die Frage? Hier nicht. Ich denke, dann sind wir ganz unten. Irgendwo muss es sein. Nein. 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 Ach, hier oben. Nichts mal. Na dann, auf zur letzten Schlacht der Elfen. Die letzte Ebene des Dungeons. Und dann sind wir ganz unten. Und dann geht's wieder hoch. Denn wir erinnern uns... Oh, nice HP-Salbe. Denn wir erinnern uns, wir wollten eigentlich einen Turm hoch. HP, 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 äh... Why not? Ah, und hier ist der Weg. Aber wir wollen natürlich noch alles erkunden, wegen so tollen Items wie einem Kenio-Trank oder die HP-Salbe von eben. Und das hier ist nichts, ne? Nein, ist nur Gras. Erkennt man aber auch schwer. Wie gesagt, ich bin kein Freund der Grafiken. Das Game hätte wirklich eigene Grafiken verdient. Kleinstein. Kleinstein! Nichts weiter, nichts weiter. Gegner. Hm. Bin mir auch nicht sicher, wie lange wir jetzt noch leveln sollen. Kraftsalbe. Ich denke, wir rennen uns noch in die letzten paar Gegner hinein. Und dann treffen wir, glaube ich, sowieso erstmal auf keine weiteren. Eigentlich braucht er gar nicht so viel Agilität, wenn er den Erstschlag besitzt. So, HP abzubenötigen wir nicht. Gleißendes Licht, auf jeden Fall Lichttreffer. Dann sollten die nächsten MP-Salben vielleicht... Äh, AP... Ist egal, AP, MP, ist hier dasselbe im Prinzip. Äh, sollten vielleicht auf Rein gehen. Ja. Und so ist... Abwehr. Uh. Schön, 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 schön. Ja, der lebt ja noch. Kein Effekt. Und selbst wenn... Hätten ihn seine Nesselfäden auch nicht gerettet. Wunderbar, wunderbar. Wir schauen einfach mal, wie viele Erfahrungspunkte sie noch benötigen. Zur nächsten Stufe 567. Also so im Dreh... 500. Ich merkte mir jetzt allerdings nicht, wie viele Erfahrungspunkte wir von den Gegnern erhielten. Da wir jetzt sowieso noch mal gegen welche kämpfen, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Schuhen, du Dämonenbeißer, die sind weg im Luh. Oh, mit einem glössenden Licht und sind so tot. Tod. 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 Und Überraschung, du bist auch tot. Fühlt sich aber auch... Naja, gut, das ist nicht allzu viel. Das Grinding lohnt sich jetzt hier also nicht mehr so arg. Vor allen Dingen jetzt nicht hier auf der letzten Ebene. Wo die Gegner limitiert sind. Ich frage mich, ob wir nach dem Turm noch mal in den Dungeon hinein können. Hm. An sich wäre es sinnvoll. Sofern wir denn eine Engelsfeder dabei hätten. Holy shit. Äh... Verseuchung. Versuchen wir es mal mit der Verseuchung. Lichtstrahle... Eine nach dem anderen, bitte. Ich denke, das ist effektiver. Ich denke, das haut mir Schaden raus. Lichttreffer... Wow. Und ansonsten... Auf jeden Fall die Abwehr erhöhen. Die machen nämlich ganz, ganz großes, böses Auer. Die zwei hier. Oh, sehr schön. No big deal. Jo, Slick. So, das war... denke ich, die letzte... Der letzte Winkel. Diese... Ähm... Ähm... Ne, das Level lohnt sich mittlerweile nicht mehr. Oder? Ne, das dauert zu lange. Die paar Erfahrungspunkte machen den Kohlen auch nicht. Ähm... Ähm... Weniger kohlig. Na dann, weg von hier. We did it. We did it. Das dauerte gar nicht mal so lange. Wie nahm jetzt? Gut eine Stunde auf. Wir befahren uns nicht die ganze Zeit über hier. 50 Minuten, würde ich jetzt mal behaupten. Kann ich euch irgendwie helfen? Jo, reden. Ihr habt das fast geschafft. Jetzt müsst ihr nur noch das Siegel deaktivieren. Und diese Sache mit dem Wächter war da... Ähm... War da... Blablabla... War da da auch noch? Oder? Ich fürchte, ja. Bereitet euch gut vor. Danke. Danke für den Tipp. Ähm... Wird mal heilen lassen. Ich brauche nur 25 Kira, um euch zu heilen. Geht das in Ordnung? Ja. Wir scheißen doch die Kohle! Ja.